hallo und herzlich willkommen hier beim total talk mein name ist matze und ja ich möchte mir mit euch jetzt einen fanfilm anschauen an star wars fanfilm diskendence of order 66 chapter 1 ja der film der ging natürlich schon durch durchs fandom durch rauf und runter mit kino premiere und sogar und 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 ich möchte mir sehen jetzt mit euch anschauen und darauf reagieren ja ich bin gespannt was mich erwartet natürlich aber schon so ein bisschen was mitbekommen aber gesehen habe ich jetzt noch nichts also nichts am stück großartig und ja ich würde sagen wir fangen jetzt einfach mal an diskendence of order 66 chapter 1 und los geht's sämtliche links natürlich unter das video und dann besucht ihr natürlich mal die seite und deren youtube kanal am besten und lasst dann natürlich auch gerne ein abo da ok fangen wir an dann kannst du gut ein scout ranzen Was ist denn der Untertitel? Nee, nix so. Der ist aber auch cool. Nehm ich jetzt den oder nehme ich jetzt den? Das wäre noch einer. Der schaut toll aus, finde ich. Den nehme ich. Gehen wir uns zurück und entspannen und schauen einen Star Wars Fan Film. Musik ist schon mal echt cool. Konzern. Musik Musik Ich bin sehr froh, dass ich dich wieder zurückkehren habe. Als die Kommunikation mit deinem Land zerbricht, haben wir das Schlimmste. Du bist sehr verletzt. Du kannst mit deinen sympathiensten, Kommandant. Hm. Das ist unmöglich. Du bist tot. Galva? Du hörst mich? Galva? Oh, das war gut. Was ist passiert? Ich war einfach... Distractiert. Verdammt, Galva! Du bist zusammen! Momentos wie das können deine Leben! Diese damn Pirates have taken over the control of the Freitas' weapon system, and now using it against us. We have to take out these turbolasers. Chloe, cover my back. I've been doing nothing else since we arrived here. We will shoot down the petrol boats. Yeah, gotcha! Vision again, huh? Sorry, this time? No, no, he's right. The crew was taken hostage, and the cargo section contains several hundreds of... Wookiees. Worker slaves. We must disable the ship without risking the crew's lives. I doubt we'll have time for that. Naboo, Leader. You stand under the protection of the Imperial Star Destroyer Hammerfist. You are ordered to leave the operational area immediately. We will take over. What do they plan? They will shoot down the freighter. Naboo 5 to Star Destroyer Hammerfist. I request permission to disable this ship. There are still hostages on board. Me and my team nearly have done the job. We are aware of the cargo. Listen. We can't convince the pirates to give up. I'm sure they're willing to negotiate. The Empire does not negotiate. Leave the area immediately. Any counteraction will be considered an attack on the Galactic Empire. Prepare jump to home base. We leave. That's an order. No. I can't do that. Don't. We must leave. They'll shoot us down, too. Okay. Let's go home. Fire at wheel. Cory player hasū Theme Ieh and capitally stop looking to battle at the time. If you stick with, social security... There are very great costumes to do. That's awesome,át's great ! I really den G wzore. As a matter of all what you told me lieutenant about it... paid mercenary are the only ones who can be trusted right now. sehr coole stimmen sehr cool sehr cool Hmm They were to be extinguished immediately the clone army turned Against the Jedi And the clones obeyed? The clones obeyed nearly every single one of them on the fourth moon of Yavin And may the force be with you May the force be with you My lord, I'm afraid that the midi-chlorian count has rapidly dropped since the last cloning process At that rate, the recent generation will be the last with any useful force power Board the strongest one onto my ship Excuse me, can you tell me where the cantina is? What a friendly place Let's play stone Up Hysteria The moon Look at the sky The moon Sehr cool. Hey, Barkeep, two housebrands. My father was a friend of clone commander Tioman. Tioman is in grave danger. I came here in the hope that you might help me to find him. How do I know you're no bounty hunter or imperial spy? All you are now is a prisoner of the Empire. Take him away. The Empire appreciates your cooperation, but pray we do not come back. Pull him up. Sir? I appreciate why you came here. But you led them directly to me. Come on, we have to go. That's for you. The gift from your father. Come on, we have to go. Oh, Lichtschwert. Oh, sehr cool. Echt cool aus. To find and kill me that traitor. But do not underestimate his abilities. You will have to deal with a former clone commander. So be prepared to fight an equal enemy. My first lieutenant will fill you with the mission details. My first lieutenant will fill you with the mission details. Ja, das war der erste Teil. Chapter one. Ja, besucht auf jeden Fall mal die Seite. Dort erfahrt ihr wirklich alles, was es über diesen Film. Filme wissen gibt. Wissen gibt. Trailer und Out. Trailer und Outtakes natürlich auch immer sehr lustig. Ja, erster Teil. Sehr gut. Also von der Story her. Ein bisschen gut. War gut. Die halbe Stunde habe ich jetzt nicht gemerkt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ich denke, ja. Ihr auch. Also. Schaut vorbei. Das nächste Mal kommt hier Chapter zwei. Des Candance of Order 66. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das Nahtalkin macht peripherals機. Da fehlt noch ouverteras. Das ist joka grad des Pritzens. Jaw Sabar, dass du jetzt eins klinierst. Das jeden Fall von ihm Puisel waren. Das ist genau spätestens ihr. Ich bin Fanta. Kenobi!